Im Internet innerhalb von einer Woche Klaas Boga bemerkenswert. Die Teams haben sich einfach von einem Zusammenhang gemeldet. Im Gegensatz zum Ivo und Boga. Sie sind aufgebotet worden von uns. Sie haben sich nicht anders suchen, mit wem das sie spielen wollen. Aber sie machen das gut, sie harmonieren. Ja, ich bin wahrscheinlich besser als Barca. Ah, jetzt nehmen wir ja. Oh, schlafen wir da rein. Hei, hei. Schlecht. Hei, hei, schlafen wir. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Ich wollte schon ökratisieren, habe ich gemerkt. Das ist auch kein Sinn. Ja, die Pause. Hei. Es gibt so ein Ivo, der Pause und Tipp. Dann ist es immer wieder abgemüht. Ja, ich war schon dermaßen im Spielding gewesen. Und dann habe ich noch eine Seite weggezogen. Auf den vierten Spiel. Oh nein. Sie haben sich da schön frei gespielt. Auf dem Boga ist es gewesen. Aber dann mit der Hange. Natürlich den Moment verpasst mit dem Abspielen. Schön. Man fällt. Fast fallen. Oh nein. Aber sie kriegen dann die Zweifel. Oh. Oh. Schwitsch mal raus. Vielleicht den Moment verpasst mit dem Abspielen. Jawohl. Aber jetzt weiß ich einmal. Nein. Nein. Sie müssen. Sie gehen 2.9 Stück von der Linke. Erzhoferletz. Nein. Sorry, Leo. Ja. 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 Und jetzt gibt es auch noch einen Schirriball. Ja. 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 Go! Guaro! Zanogo, Axis! Zanogo! Mein Gott! 6% nicht ganz feiner Kling am Werk. Ball vielleicht ein feuerer Zeichwort. Aber Ibe kommt nochmal Ball. Und Gerd wird noch von der Suleymanis reinkommen. Geh! 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 Goal! Zanogo, Goal! Zanogo! Zanogo! Zanogo, Pesda, Ibe! Zanogo, Leonardo, Betone! Jawohl! Im Kölken von Denis Zanqueria. Ja! Ist rechtlich der Lüge. Und jetzt wird's. Ibe 4-1 gegen Barcelona. Ich wollte das mal sagen. Ja. Aber das habe ich so erwartet. Ja, klar. Welche müssen Sie sich ausgaben? Wer tut der Kligel? Wo bleiben die flüssigen Angriffskombinationen von Barcelona? Scheiss! Scheiss! Nein! Im Kligel ist schon wieder der Quart Space Brocken. Ja, das ist natürlich nicht so einfach. Nicht so mit der Zinsen. Nein! Nein! Was macht niemand? Nein! Was macht niemand? Nein! Nein! Es ist kein Stoff. Ja! 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 Wie ist es passiert? Wie ist es zu diesem Kurs? Ja, Ivo hat nicht so gut die Kurs. Ja, das ist so, dass wir Leo im echten Lecker neben dem Kurs sind. Das ist ein bisschen zu hart. Stefan Thun, das wird zusammenziehen, das haben wir gesehen gesehen. Wissen Sie wieder was, gell? Für Leo. Nur Klingel und Klemente und Gegensatz. Hier sind es also wieder mehr. Oh! Hey! Jetzt steht hier der Messer. H2. 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 Oder hier, denn H2. D Tu'oow. Ciao, ich komme zu deinem Ball. H4. 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 Ja, das ist nicht mehr. Ja, das ist mehr schnell, was davon möglich ist. Ja, ja, ja. Oh, ich will ein bisschen reden, mitsch. Ich hab nicht mehr in die Warnung. Besser zu essen mit ein bisschen Klassen. Setzen Sie sich doch mal durch. Das wollen wir schon mal. Das sind achtigste Minuten, nach zehn, zwölf Minuten, über die Sie in der Tat und Wahrheit über die zwei Minuten. Hey! Was ist das? Du hast nicht viel. Ich werde die Mitte wieder auf. Du hast ein bisschen entkräft. Die dieses Spiel. Ich habe einen Aromaten. Nein! Nein! Kammrack! Nein, das war ja. Ey, der läuft immer raus. Wie ist denn das? Oh, schon. Oh, schon. Nein! 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 Ja! 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 Ja, das sind wir ausgereift. Ja, das ist okay. Ja, das ist nicht ... Ja, das ist immer besser. Jetzt ist der Passisch. Du hast den Passisch drückt. Ja, das ist fertig. Ja, das ist richtig. Ich habe mich noch gewechselt. Michi zu 10. Ein Spur gehabt für die Verlängerung. Leon wechselt mich in 2. Er ist in den Balls in den Spielball. Man, natürlich nicht. Jetzt ist er richtig. Flank, Flank! Start Flank, Flank! Flank! Jaaa! Stamm! Stamm! Sehr gerne. Das ist alles. Das ist alles. Das ist sie.